Alle Mann an Bord? Na dann kann es ja losgehen. Leinen los, Segel hissen. Und wohin zeigt die Kompassnadel? Auf eine spannende musikalische Reise über die sieben Weltmeere direkt in die Südsee. Mit dem wagemutigen Käpt'n Stomp am Steuer, seinem treuen Matrosen Olaf an den Schoten und den Kindern als Crew an Deck und in der Kombüse. Dutzende von Landratten warten darauf, mit uns in See zu stechen. Das Schulprojekt Käpt'n Stomp auf großer Fahrt zeigt Grundschülern, wie man mit Bodypercussion und Alltagsgegenständen Geschichten erzählen kann. Ob mit Plastikrohr oder Küchensieb, mit Flaschen und Bechern, die Kinder befinden sich mittendrin in Käpt'n Stomp's lustigen Abenteuern. Und der Kreativität wird dabei keine Grenze gesetzt. In fantasievollen Kostümen führt jede Klasse eine Etappe von Käpt'n Stomp's Reise vor. Mit Sprechgesängen, eingängigen Beats und temperamentvollen Rhythmen. Und das macht nicht nur Spaß und gute Laune, sondern schafft im Handumdrehen ein Gemeinschaftsgefühl, von der nicht nur einzelne Klassen, sondern die ganze Schule profitiert. Löffel, wo ist der Kopf? 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 Jedes Kind und jede Klasse bringt sich in dieses Projekt ein. Jeder ist mal Spielender und mal Zuschauer. Und so erleben die Kinder, dass sie zusammen und gemeinsam etwas ganz Besonderes realisieren können. Bei den Schulprojekten der Bremer Philharmoniker kann jedes Kind seine individuellen kreativen Stärken zeigen. Hier werden Bühnenbilder gemalt und Kostüme gebastelt, Gedichte und Lieder getextet und Choreografien einstudiert. Und das alles verbindende Element ist die Musik. Mehr als 18.000 Kinder und Jugendliche können durch diese Schulprojekte, Schulkonzerte und Besuche in unseren drei Musikwerkstätten erleben, die Musik hören und aktives Musizieren ihren Alltag bereichert. Musik bietet unendlich viele Möglichkeiten, Gefühle auszudrücken, für die es manchmal keine Worte oder keine gemeinsame Sprache gibt. Musik Captain Stomp und sein Matrose Olaf wissen das natürlich längst. Kein Wunder also, dass sie nicht nur in der Südsee, sondern auch in jeder Schule schnell Freundschaften schließen. Schiff Ahoi! Kostüme 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 Vielen Dank.